Wir sind natürlich glücklich über die 41 Punkte und wollen weiter Punkte sammeln. Ich glaube, dass ich sehr eklig sein kann auf dem Feld. Ich versuche immer den Gegnern alles schwer zu machen, jeden Zweikampf, und versuche meiner Mannschaft, wie gesagt, damit zu helfen. Aber nicht nur ich muss Tore schießen, sondern die ganze Mannschaft. Bernd Hollerbach ist ein sehr akribischer Trainer, der sehr zielgerichtet an Sachen arbeitet und auch sehr, sehr viel mit seinen Spielern spricht. Die Kicker spielen sehr, sehr kompakten Fußball, ein sehr, sehr schnelles Umschaltspiel, da müssen wir aufpassen. Aber ich glaube, dass wir in erster Linie immer auf uns selber schauen müssen, da es egal, wer der Gegner ist, so leben wir es momentan auch vor. Wir achten auf unsere eigene Leistung und ich glaube, dann können wir Spiele gewinnen. Liebe Unioner, lasst uns kämpfen und siegen von der ersten Minute an bis zum Schluss und das Ergebnis auf unsere Seite holen. Ich will euch hören und ihr werdet unsere Leistung sehen. Bis Freitag.